Ich heiße Nevin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Ja, Ken. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Untertitelung. BR 2018 Guten Tag. Guten Tag, kenne ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Ich wohne oben, im dritten Stock. Ah, ich habe einen Kuchen gebacken. Möchten Sie ein Stück? Das ist ja nett von Ihnen, aber leider darf ich nichts Süßes essen. Nichts Süßes? Das tut mir leid. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. Ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Du bist doch neu hier, oder? Wir machen eine Party. Vielleicht magst du ja mit uns feiern. Ich weiß nicht. Es ist nur was Kleines mit ein paar Freunden. Komm schon. Wir beißen auch nicht. Komm einfach mit. Es wird lustig. Bestimmt. Okay. Das ist super. Ich bin Sophie. Ich heiße Nevin. Das schmeckt gut. Was ist das? Das ist Bevan. Aus meiner Heimat. Wirklich sehr lecker. Danke. Alle lieben es. Ich komme gleich wieder. Okay. In der Türkei gibt es keine Party ohne Essen. Wir haben doch was zu essen, oder? Lebst du eigentlich allein? Nein. Ich lebe mit meinem Mann zusammen. Er arbeitet oft im Ausland. Aber er kommt morgen wieder. Ja, das ist gut. Grüß Sie, Frau Schweiger. Hallo. Es ist ja sehr schön, dass du schon wieder zeigst. Wir haben doch alles in Ordnung. Aber dann ist es noch ein bisschen ein bisschen ein bisschen. Ja, klar. Machen. Ich möchte nämlich gerne schlafen. Selbst so schön. Ja, ja, ja. Wo ist denn? Na ja, und dann hat er gesagt, Sie müssen nie aussteigen. Ich bin hier. Willst du noch was? Nein, danke. Ich gehe jetzt. Das wäre schön. Gehst du schon? Ja, ich bin sehr müde. Vielen Dank für alles. Es war sehr schön. Schön, dass du da warst. Komm bald wieder. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018